Herzlich willkommen bei Relux. Heute beschäftigen wir uns mit einer Studie, die die Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern auf Salatpflanzen untersucht hat. Die Studie wurde von einer Forschergruppe der Technischen Universität Darmstadt sowie des Forschungsrings e.V. in Darmstadt durchgeführt und in dem Journal Plants im Frühjahr von diesem Jahr veröffentlicht. Bevor wir in die Details der Studie eintauchen, werfen wir doch kurz einen Blick auf das Thema. Elektromagnetische Felder oder auch EMF sind allgegenwärtig in unserer modernen Welt. Sie entstehen überall da, wo technische Geräte wie z.B. Handys, WLAN-Router, schnurlose Telefone usw. eingesetzt werden. Die Studie ging der Fragestellung nach, ob EMF auch Pflanzen beeinflussen können. In der Studie wurden Salatpflanzen verwendet, da sie sehr schnell wachsen und sich gut für Experimente eignen. Die Salatpflanzen wurden elektromagnetischen Feldern von WLAN-Routern und schnurlosen Telefonen ausgesetzt. Die Leistungsflussdichte war vergleichbar mit denen in einem Stadtzentrum. Die Versuche wurden im Freifeld beim Forschungsring und in einem Gewächshaus der TU Darmstadt in sieben Durchläufen in den Jahren 2021 und 2022 durchgeführt. Zusätzlich gab es natürlich auch noch Kontrollgruppen, die keiner Strahlenbelastung ausgesetzt waren. Doch nun zu den Ergebnissen der Studie. Die Forscher stellten fest, dass die EMF tatsächlich einen Einfluss auf die Salatpflanzen hatten. Wenn die Pflanzen der Strahlenbelastung ausgesetzt waren, reagierten sie anders auf Stressfaktoren wie Trockenheit oder Hitze als die Pflanzen, die keiner Strahlenbelastung ausgesetzt waren. Zudem wurde eine beschleunigte Blütezeit im Verhältnis zu den Kontrollgruppen festgestellt. Es stellte sich heraus, dass Pflanzen, die im Freien EMF ausgesetzt waren, eine signifikante Abnahme der photosynthetischen Effizienz aufwiesen. Die Genexpressionsanalyse zeigte eine signifikante Herunterregulation von zwei stressbezogenen Genen in EMF-exponierten Pflanzen. Das bedeutet, dass die Gene, die normalerweise helfen, Pflanzen den Stress zu regulieren, weniger aktiv waren, wenn die Pflanzen EMF ausgesetzt waren. Dies deutet darauf hin, dass elektromagnetische Strahlung die Stressreaktion von Pflanzen beeinflusst. Eine wichtige Frage, die sich daraus stellt, ist, wie genau beeinflussen EMF die Pflanzen? Die Antwort darauf ist komplex und erfordert sicherlich noch weitere Untersuchungen. Es könnte sein, dass sich die Strahlung direkt auf die zellulären Prozesse der Pflanzen auswirkt oder indirekte Effekte auf ihre Physiologie hat. Für unsere Landwirtschaft und die gesamte Umwelt sind es ernstzunehmende Erkenntnisse, vor allem wenn man bedenkt, in welcher Geschwindigkeit global EMF-Felder ausgebaut werden. Es ist ein spannendes Forschungsfeld und wenn es neue Studien dazu gibt, werden sie euch gleich mitteilen. Wenn ihr mehr über diese Studie erfahren möchtet, könnt ihr die gesamte Veröffentlichung im Journal Plants nachlesen. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wenn euch weitere Videos rund um das Thema EMF interessieren. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.